so spülmaschine kennt ihr habt ihr alle zu hause aber ich möchte euch einen tipp geben wenn ihr so ein sensationelles messer besitzt ja dann bitte nicht in der spülmaschine spülen sondern kurz unter klar wasser abwischen trocken machen und dann wieder ordentlich lagern und wichtig ist auch die messer nicht übereinander lagern sondern nebeneinander oder ein an ein magnetbord das hier übrigens die limited edition von saiko könnt ihr bei olayo.de kaufen habe ich auch